Hallo Leute, ich bin der Sebastian von der Munich Guitar Company und ich zeige euch heute mal eine Gitarre aus unserem eigenen Hause hier, Stevens Custom Guitars, die Münchner Firma, die es seit 1992 gibt, mit einer wunderschönen Double O Gitarre in African Core, also ein wirklicher Augenschmaus, vor allen Dingen auch von hinten, der Boden hat echt eine tolle Flammung mit einem schönen Mittelstreifen, natürlich einteiliger Mahagoni Hals, tolle Goto Mechanik, eben Holzgriffbrett, wunderschönes Ahorn Binding, also das Holz steht hier definitiv im Fokus, kein Schnickschnack, kein Bling Bling, wunderschöner, warmer Sound, tolle Fingerstyle-Gitarre hier mit einem Griffbrett, 46 mm Breite, gibt es nicht so oft, ist aber sehr angenehm für alle Spieler aus dem Fingerstyle-Bereich oder wenn ihr von der Konzertgitarre kommt, tut ihr euch hier sehr leicht, ganz weicher Ton, also gerade wenn man mit Fingernägeln spielt, ein bisschen Punch im Anschlag hat, kann man hier wirklich einen tollen, sustainreichen Ton rausholen und ja, tolles Instrument und ihr werdet es jetzt gleich mal live hören. Ton rausholen und ja, tolles Instrument und ihr werdet es jetzt gleich mal live hören. Also, das ist ein bisschen, sehr, 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 sehr. Musik